okay die musik ist aus ist es jetzt gut boah Ist gut, oder? Wenn die Musik aus ist. The Evil Within heißt es. Tatsächlich voll. Da oben rein. Eine für Haare? Ja, da würde ich mir mal Gedanken machen. Ach, das ist einfach die nächste Scheiß-Arena jetzt, oder? Ich gehe jetzt hier von einer Arena zur nächsten. Okay. 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 ja 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 Ist der irgendwie geistig dumm? Tauchen die da nicht einfach so auf oder was? Alter, manchmal glaube ich wirklich, das Spiel verarscht mich. Okay, nächste Arena wahrscheinlich, oder? Da kommen jetzt mehrere solche Arenen vermutlich. Oh, tut mir der Finger weh. Oh, was kommt jetzt? Jo, sieht ja wieder mächtig einladend aus. Oh nein. Oh, was ist da los? Oh, das ist ein Kontrollpunkt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ohohohoh. Guck halt. Ich brauche einfach mehr Schrotflinten Munition. Ich kann gerade den Hund nicht knuddeln. Ich bin gerade hier wirklich beschäftigt. Okay, da ist ein Hebel. Ein Hebel. Was zum Geier. Ach, jetzt bin ich wieder hier, okay. Was? Was genau kommt jetzt? Och, er. Ach, natürlich. Wenn jemand kommt... Uh, gleich mehrfach. Ah, Fallen gibt es hier auch. Oh, okay. Alter, wie viel die aushalten Ah, shit Wir haben mit seinem Schnitzel mir einfach eine rüberbrät Alter Alter Digga, lauf doch Ach, der kann da einfach hoch Was, ein Arsch Nein Nein Oh Gott, ist das Stress, Alter Oh Gott Sind aber die Fallen auch weg, oder? Nein, jetzt Mann, die Teile hätte ich doch jetzt brauchen können Das ist gemein, dass die jetzt weg sind Da hat man ja keine Zeit, irgendwelche Fallen abzubauen Oh mies Eigentlich will ich ja hier raus Ich will hier gar nicht festhalten Ich will hier mal Ich will hier mal Ich will hier mal Waaah! Danke für die Geschenke. Ja, das schaue ich mir mal in YouTube an, wie es auf schwer ist. Man darf auch nicht vergessen, ich bin aber nicht der beste Spieler. Das kommt ja auch noch dazu. Auf jeden Fall ist es kein Zuckerschlecken. Ja, das ist ein Zuckerschlecken. Ja, das ist ein Zuckerschlecken. Ah, nein! Ah, gut. Man startet da. Das ist gut. Ich dachte schon, ich muss alles nochmal machen. Ja, der Aim ist das Problem, gell? Der hat mich schon oft Leben gekostet. Jetzt muss ich hier entschärfen und auf das Licht aufpassen. Digger, wie ungeil! Aber wenigstens kriege ich jetzt wieder ein paar Materialien zurück. Das ist ja schon mal was. Ach, dein Ernst! Ach, dein Ernst! Ah! Aber die sind weg, okay. Das ist gut. Ja, dann lass ich's halt. Wenn man die da so nicht kriegt. Der geht schon weit raus, das ist mies. Ah, lauf doch weiter! Ei, 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 ei. Oh, Mann, ey. Oh, ist das stressig. Danke fürs Teilen. Jawoll. Zu Ryuken. Und ich habe ja noch nicht mal den Kampf gegen Ruven gemacht. Das ist ja das. Das kommt ja erst noch, oder? Der eigentliche Endkampf. Oder? Der kommt noch. Ja, super. Ich verzweifle jetzt schon. Ah, was ist das für ein Aufzug? Wenn ich hier lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Ja. Haben sie noch einen tollen Spruch eingebaut. Das gefällt mir. Ach, der kommt jetzt. Okay. Das heißt, ich werde mich jetzt gleich wieder aufregen und ganz oft sterben. Und was ist das hier für so ein komisches... Nein, kein Ausgang? Das kann ich sein. Das kann ich sein. Das bin ja ich. Hilfe! 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 Hey, ich lieg' da unten drin! Ich bin in der Matrix! Hm. Oh, sehe ich ähnlich. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige. Lesley, halt. Lesley! Ein schreiendes Gehirn. Ah! 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 Das war's für heute. 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 Nathan Drake und Lara Croft müssen viel aushalten. Aber der, der arme Typ. Oh nein. Da, nimm das. Nimm den Racketwerfer. Der arme Typ, der tut mir so unendlich... Tut mir so unendlich leid. Der tut mir so leid, was der durchmacht. Das war's für heute. Stirb, du Gehirn! Oh, jetzt sind wir wieder auf dem fetten Gehirn. Das ist halt echt so, gell? Aber ich glaub, Ethan hat... Ja, doch, dem wurde ja auch was abgehakt und so. Da ist er! Stirb! Stirb! Birger! Stirb! Stirb! Verantwortung! Stirb! Stirb! confusement! Aprionrien ende alter wie geil war das denn bitte das war richtig cool finde ich gut dass ich jetzt nicht so einen stumpfen kampf hatte das war ja richtig gut inszeniert da geil wo hat das spaß gemacht ist noch nicht ganz vorbei oder muss ich mich noch bewegen ich habe diese welt erschaffen du kannst mich hier nicht festhalten mir scheißegal digger ich knack dich jetzt einfach knack dir jetzt ins gesicht komm nimm es erledige das ruben viktoriano und jetzt fußball steigt drauf steigt einfach drauf komm ich darf das machen stürb komm komm nicht so dumm schauen komm aus bildschirm aus lasst ihn hier und die beiden auch die gehen nirgendwohin nirgendwo danke für das geschenk ich habe nur einen hund ein äh einen äh 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 zu Danke für die Rosen. Danke fürs Folgen. Los, los, los! Detective! Sind Sie okay? Ist noch jemand hier? Ich brauche... ein wenig echte, frische Luft. Da! Da geht einer! Ich brauche... Shinji Mikami. Puh, mega Typ. Ja, war ein geiles Spiel. Ja, war ein geiles Spiel.